Heute gibt es mal keinen Witz, sondern ein paar coole Sprüche. Wenn Dummheit klingeln würde, könntest du dein Handy lautlos stellen. Der ist echt gut. So, weiter. Bei manchen Menschen frage ich mich, wie man eigentlich Arschloch steigern kann. Oh, ich habe nochmal ein. Schnupfen oder wie ein Mann sagen würde, liebe Wohl. Ich habe nochmal ein. Ich habe schon interessantere Gespräche mit meinem Wollpullin. Ich habe doch noch einen Witz. Das hat mir ein Kollege erzählt. Was heißt 178 Zähne und beschützt ein Monster? Na, mein Hosenladen. Aha. Und jetzt verrate er mir endlich mal, wie kriege ich die blaue Zunge weg. Die ich immer noch habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020